Hallo und herzlich willkommen bei uns in Offenhausen. Karfreitag, das ist ein besonderer Feiertag bei uns, denn es ist ein Tag, an dem eigentlich nichts zu feiern ist. Jesus Christus wird gekreuzigt. Allein fühlt er sich. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? ruft er mehrfach am Kreuz. Und doch war er bei ihm, auch wenn er ihn in dem Moment mit dem ganzen Schmerz nicht gespürt hat. Heute sind Ereignisse in Gang gesetzt worden, die wesentlich sind für unseren Glauben. Das Senfkorn ist gesät. Nach drei Tagen wird es große Frucht bringen. Neues Leben wird entstehen aus dem Tod, aus dem Vergrabensein, ja aus der Verzweiflung am Kreuz. Ein besonderer Feiertag, der für mich aussagt, Gott ist mit uns, in unserem Leiden. Egal, wie verloren wir uns fühlen, egal, wie unschuldig verurteilt wir uns fühlen mögen, egal, welche Schmerzen und Ängste wir verspüren, Gott ist bei uns. Auch wenn wir manchmal am liebsten rufen würden, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist vollbracht, das Senfkorn ist gesät. Das Netz ist ausgeworfen, nun sorge du, mein Gott, für Frucht und Fülle. Es ist vollbracht, die Herrschaft der Gewalt ist heute überwunden, in Kreuz und Leiden sieht, die Ohnmacht Gottes. Es ist vollbracht, die Tür ist aufgetan, der Weg ist nun geebnet, für arm und lahm und blind, ins Reich der Freiheit. Es ist vollbracht, die Tür ist, die Tür ist, die Tür ist, Vielen Dank.